Mein Name ist Holm Wehovski von der Firma QSC. Ich möchte Ihnen hier unser Q-SYS Ecosystem vorstellen. Das Q-SYS Ecosystem ist eine Geräteplattform, die auf Standardnetzwerktechnik basiert. Eine Geräteplattform für die Ausstattung von Konferenzräumen oder auch von größeren Projekten, die mit Medientechnik zu tun haben. Nehmen wir das Beispiel Konferenzraum. Sie möchten Ihren Konferenzraum neu ausstatten. Sie benötigen für diese Aufgabe Lautsprechersysteme, eine Kamera für die Videoübertragung möglicherweise, Mikrofonsysteme, auch im Video- oder Audiobereich brauchen Sie Mikrofone, eine Möglichkeit das Ganze zu steuern, vielleicht ein Touchpanel oder auch andere Möglichkeiten. Sie brauchen dann noch die Hardware, die Steuerprozessor, Verstärker und so weiter. Das wären viele Systeme, die alle miteinander irgendwo interagieren müssen, üblicherweise würde man das über ein Netzwerksystem steuern. Das Q-SYS Ecosystem bietet hier eine ganz neue Möglichkeit. All diese Komponenten, die ich Ihnen eben erklärt habe, befinden sich hier in einem einzigen Netzwerk. Es gibt nur eine einzige Firmware für das Gesamtsystem. Sie können mit Plug & Play jeweils auch ein System hinzufügen oder auch mal eins entfernen, aus einem Konferenzraum zum Beispiel, wenn Sie was verändern wollen und haben damit sehr einfache Wartungsmöglichkeiten. Überdies bietet das System die Möglichkeit, Benutzeroberflächen ganz nach Ihren Wünschen zu konfigurieren und auch Geräte von Drittherstellern, zum Beispiel von Beamern oder Displays, mit zu steuern. Mit all dieser Technik haben Sie allerdings im Alltag gar keine Berührung. Das einzige, mit dem Sie in Berührung kommen, ist ein USB-Kabel, das Sie zum Beispiel in Ihrem Notebook verbinden und die Videokonferenz kann starten. Über das Touchpanel können Sie dann noch weitere Einstellungen vornehmen, zum Beispiel die Kameraposition verändern oder die Lautstärke regeln. Wie Sie sehen, das System ist kinderleicht zu bedienen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie uns doch einen Daumen hoch oder abonnieren Sie unseren Kanal. Für weitere Fragen zu unserem System wenden Sie sich gerne an die PIKG oder an QSC.